Hier geht es weiter mit dem Besten aus dem Katalog und Sie kennen das, wir kennen das alle. Wenn man heutzutage unterwegs ist, noch wenn es nur ein Tag ist, ja man muss an viele kleine Details denken, Kabel, vielleicht auch Powerbank, SIM-Karten oder ähnliches, alles was zu unseren elektronischen Hilfsmitteln passt, ob das Tablets sind oder auch die Smartphones, ob das Ladegeräteanschlusskabel oder ähnliches sind und dann hat man oftmals ein riesen Chaos und dieses Chaos werden wir heute gemeinsam beseitigen. Es gibt nämlich, und ich finde das unglaublich toll, Kabel-Organizer, Ingo, und die erleichtern doch das Leben, oder? Und auch das Finden. Ja, du musst gar nicht mal von Tagesreisen sprechen. Ich habe so ein Ding, wenn ich hier ins Büro komme, weil das sind so typische Sachen, die nimmt man jedes Tag mit ins Büro. Also Ladekabel, Netzstecker, vielleicht eine externe Festplatte und natürlich das Handy. Das kann man jetzt alles in diese wunderschöne Tasche reinstecken. Die hat Fächer für alles. Die hat hier sogar ein kleines Fach für SD-Karten. Und dann kann ich Ihnen das mal zeigen, ich habe hier mal eine Tasche, meine Tasche vorbereitet, wie das aussieht, wenn wir das alles geladen haben. Dann haben wir hier nämlich schon mal, schauen Sie mal, ist alles organisiert hier drin. Mein Ladekabel, mein Ladestecker. Disziplin, ja? Ja, Disziplin, Ordnung, ganz genau. Sie sind doch auch ordentlich oder wollen ordentlich sein. Und schau mal, hier hinten haben wir noch ein größeres Fach. Das will ich auch noch mal zeigen. Jetzt habe ich hier Tisch, Stifte, Batterien. Und hier habe ich tatsächlich noch meinen Impfausweis, hat man ja heute auch immer dabei, und ein Notizbuch. Wenn ich das alles in die Hosentaschen stecke und Jackentasche, sehe ich aus wie ein Michelin-Männchen. Das ist eben das Praktische hier mit so einem Organizer, wo wirklich so viel reinpasst. Das ist das unglaublich Tolle hier. Es ist natürlich wasserfest, super robust gemacht, dass es eben auch beim Transport schützt. Das kann man auch mal hier auf den Boden oder auf den Tisch richtig ordentlich stellen. Ich finde das unglaublich praktisch. Und sieht auch noch gut aus. Das müssen wir jetzt einfach dazu sagen. Ich glaube, das Chaos, was man sonst als irgendwo hat, ist mit Sicherheit nicht so schön anzuschauen. Übrigens, ein Tablet bis 8 Zoll würde auch noch reinpassen. Wenn Sie sagen, Sie haben ein größeres Tablet, sonst wäre es toll, dann warten Sie bitte einen kleinen Moment. Hier jetzt in dieser Größe hat dieser Organizer die Bestellnummer HZ 2781 und die 569 für gerade mal 7,95 Euro. Das ist natürlich wieder Ihr TV-Sonderpreis. Mit Tasche hier, also mit Lasche zum Tragen. Mit Tasche, Lasche, alles dabei, Reißverschlüsse. So, jetzt haben Sie aber vielleicht kein 8 Zoll Tablet, sondern ein 10 Zoll Tablet und auch noch mehr Kabel. Dann nehmen Sie die zweite und Sie sehen hier den direkten Vergleich. Die rechte ist die, die wir gerade vorgestellt haben und das ist die, die jetzt aktuell in der Grafik eingeblendet wird. Ja, auch hier, wenn Sie reingucken, ich habe mal meine Sachen hier reingetan. Hier habe ich dann noch einen Memory-Stick, ich habe meine Ladekabel, wieder ein Notizbuch und auf der anderen Seite ist tatsächlich Platz für ein 10 Zoll iPad. Und das ist eben das Tolle, hier passt alles rein. Meine Moderationskarten und hier haben wir nochmal so eine Tasche, wo ich dann tatsächlich mein iPad drin habe. Muss jetzt kein iPad sein, darf auch jedes andere Tablet sein, bis zu 10 Zoll Größe, nur der Vollständigkeit halber nochmal erwähnt. Und das alles so super transportabel, also auch gepolstert richtig, das ist richtig robust. Und das kann man sonst eben, müsste man einen eigenen Koffer dafür nehmen oder eine Tüte, das sieht alles schlimm aus und ist nicht geschützt. Das ist es optimal, wenn Sie auch mit Kabeln oder was weiß ich, Kleinzeug unterwegs sind. Passt hier alles rein oder wenn der kleinere reicht, eben auch der kleinere. Mir reicht der kleinere. Ich finde beide schön, deshalb nenne ich Ihnen auch beide Bestellnummer nochmal. Jetzt gerade eingeblendet, die große Version, auch für Tablets bis zu 10 Zoll Größe. Das hat die Bestellnummer HZ 2782 und die 569 kostet gerade mal 10,44 Euro. Und am Anfang hatten wir diese kleinere Version, auch für Tablets bis 8 Zoll Größe. Hier nochmal die Bestellnummer, die HZ 2781 und die 569, der Preis 7,95 Euro. Sie sehen, es ist überhaupt nicht schwer, ein bisschen Organisation in das Kabelladegerät, Memorystick oder ähnliches Chaos zu bringen mit dem richtigen Organizer. Und den haben wir Ihnen jetzt vorgestellt. Ist vielleicht auch mal an einem chaotischen Typen eine schöne Geschenkidee. Also ran ans Telefon und dann viel Spaß damit. Danke. Bis zum nächsten Mal.